Lieber Weihnachtsmann, mein Papa hatte sich zu Weihnachten die HandyCutWorks gewünscht. Doch er hat keine bekommen. HandyCut, das geniale Werkzeug, das Holz, Metall, Kunststoff und Fliesen schneidert. Mit verstellbarer Tiefe, ideal für Tauchschnitte und mit einer super Laserführung. Macht nichts, wenn du es verloren hast. Kann vorkommen. Dann werde ich ihm eben eine HandyCut schenken. Guter Junge. Nächstes Weihnachten erwarte ich ein extra Geschenk von dir, sonst packe ich aus.